Na gut, dann hätte ich gesagt gehabt. Let's go, machen wir die 21er Mission. Let's go! Natürlich gleich mal am Anfang wieder irgendeinen Schuxel dazu rufen, weil wir kennen es ja sonst nicht anders. Bin gespannt, ob das wieder so ein großes Areal sein wird, oder wieder ein kleines. Ich habe das Gefühl, es wird ein kleines sein. Also es ist da nur Gegner, kann man sagen. Puh, teppat, das war's. Das hat was können. Das hat wirklich was können. Nur Gegner... ...nein schlecht. Nur Gegner ist nicht schlecht. Beten! Und? Gibt's glaube ich sicher nichts Neues. Was wir sehen können, bla 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 bla. Nix. Puh, fern wir am Anfang. 36er, 51er, 29er, 33er, ... Nimm mal den. Nimm mal den. Mit einer 50. Solltest du schon was kennen. Oder er hat nur gefarmt. Aber normalerweise sollte er schon was kennen. Mit einer 50. Aber da hinten eins. Nein. Muss ich hin und wieder nachschauen. Hat man nicht, dass wir da noch irgendwie was vergessen. Wenn wir so einen kleinen da fertig. ... Lieb. Sehr lieb. Ein Wahnsinn. Uh, gleich durchsuchen. Das tut mir aber auch ein bisschen weh, dass der da nix kriegt. Der schaut extra, dass er Leid, Hüft etc. Aber, dass der da nix zusätzliches drauskriegt. Außer halt dann natürlich die Schlusspunkte. Auch wenn du das Spiel schon durchgespielt hast. Was willst du dann noch großartiges machen? Du weißt, was ich mein. Das sehe ich jetzt. Es wird dann wahrscheinlich noch ein paar extra Missionen geben. Was du richtig schön gefickt wirst. Kann ich mir gut vorstellen. Was du dann auch vielleicht die Punkte brauchst dann im Endeffekt. Oh, wenn der jetzt so eine Waffe gehabt hätte, wie... Ich glaube, der hat die Mission aktiviert. Na schau, da haben wir ja einen kleinen. Oh, ey. Oh, ey. Der hat Angst gekriegt, gell? Nein, na schau, jetzt hat er eh wieder. Ja, na schau, nein. Komm, jeder. Ja, perfekt. Na, gefreut er sich. Ich bin sowieso gespannt auf den Ort. Was da wieder für einen neuen Gegner, der auf uns zukommen wird, etc. Au. Ja, guck, au, au. Oh, mein Gott, der hat aber Glück gehabt, bist du narisch. Der hat aber Glück gehabt, der Wichser. Der hat aber richtig Glück gehabt. Scheiße. Ausdauer mehr gegangen. Super. No, no. Dabei läuft's. Ja, guck mal zum Bus. Oh, wie lieb, wie er auf uns gehoert hat. Und runtergefallen. Na, moin. Na, erst. Warte mal, gell? Warte mal. Irgendwo, ja, wie du willst. Mach mal ein Tester. Einmal Seelenkern. Was haben wir da schönes? Okay, haben wir eh nichts. Dann? Perfekt. Der hätt sich eigentlich ruhig auferstürzen können. Das muss man mir auch sagen. Der hätt sich ruhig auferstürzen können. Wenn ihr ihn unbedingt haben wollt. Kann sein, dass wir mehr Hinterhalt zahlen können? Kann, könnt, könnt hinkommen, gell? Ach, bist du narisch. Was ist mit ihr da los? Weil dann haben die ja ein kleines Upgrade gekriegt, oder wie ist das? Ja, schau zu dir nach Hause. Ich glaube, da haben sie ein bisschen Upgrade gekriegt. Hm, super. Super. Ja, bin eh wieder gesund. Ist eh wohl alles wieder in Ordnung. Wo sind wir da hin? Ach so, kann man durchsuchen. Passt, wie der Becher. Ich schau jetzt jedes Mal auch ein bisschen wegen der Clan, weißt. Dann nicht da vielleicht, dass sie für irgendwas entscheiden werden. Okay, irgendwann haben wir einen fetten Gegner. Oder soll ich beten? Ich will dich mit dem? Ich habe dich mit dem? Und da. Oh ja, die Clan. Die Clan-Wixer. Oh, das war so wasch. Das war so wasch. Das war so wasch. Bah. Okay, nochmal. Noch mal. Oho, oho. 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 Oho, oho. 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 Huch, du bist so knapp. Du bist so knapp. Was haben wir da schönes? Ah, nichts Gutes. So, da können wir ja mal wieder beten. Oh, wie schauen wir da aus überhaupt? Ja, wieder Joki-Dings. Blablabla. Ein Stufenabstieg? Für was nehmen wir denn? Ja, das... Toll, was passt. Jetzt haben wir schon vor das Dach gehabt, da haben wir wieder neue Gegner. Ja, wenn wir da rauf gehen. Machen wir lieber... Ah, okay. Schau, da haben wir hier. Na, schau. Du, wir können mal streicheln. Da sollten wir lieber mal rauf gehen, oder? Kann der, glaube ich, schießen? Kann der schießen? Ich glaube, nein. Ich glaube, der kann gar nicht schießen. Dann gehen wir hin. Oh doch, und wie der schießen kann. Oh doch. Und wie. Oh mein Gott. Ich war aber Kerl. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Geh, komm. Geh, schleichte, Alter. Mach den anderen Habschi auch noch fertig. Ohne, dass ich ihn gescheit einmal genutzt habe. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Wenn ich da rein muss, dann haben wir schon den Endkampf. Okay, aber fix nicht rein. Okay, fix noch nicht rein. Mit dem Endkampf will ich definitiv noch nicht haben. Da will ich nur so einiges ausgekostet haben. Hallöchen! Wie lange. Ihr seid sowas nicht mehr zu sehen? Sehr gut, ja. Passt. Ideal, ideal. Nein, nein. Guter Kollegen. Also die, also die Fufziger müssen alle schon was kennen. Die Fufziger müssen alle schon was kennen. Hihihi. Ja, da sieht man, Alter, da sieht man. Aber jetzt bin ich ja leer. Ist der hingegangen oder wie? Ist der meiher gegangen vielleicht? Ach, geschmoren. Oder vielleicht wollte er nicht mehr. Das kann auch möglich sein. Vielleicht wollte er nicht mehr. Oder Disconnect. Irgendwas in der Richtung. Ja, nehmen wir halt den, Hapschi. Dann nehmen wir halt den, Hapschi. Klingt schon groß, wenn wir ihn noch nicht kämen. Stöpert. Huch. Huch. Oh, das wär's. Huch. ...huch. Gut, 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 gut. Ja, nice! Dankeschön, Dicki! Er hat sogar noch aktiviert. Geile Scheiße! Damit wir gleich... Oh, das ist ein Hüt. Das ist ein Hüt, Alter, dass wir da gleich weiter machen können. Das ist super, der gefällt mir. Der gefällt mir. Den hätte ich aber schon mitnehmen können. Ich hätte schon mitnehmen können. Aber trotzdem geil! Abweich fallen lassen und geht schon. Voll egal. Schön. Und wie ich es wieder gesagt habe, das ist keine große Mission. Das ist keine große Mission. Wenn, dann will ich jemanden mit der Waffe, die ich habe. Aufpassen, aufpassen. Ich würde ihn gerne eher zu mir locken, weil dann haben wir ein leichteres Spielwerk. ... ... Komm her, komm her. Komm her, Digi, komm her. er sei auf mich konzentriert das ist gut das ist sehr gut ja genau 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 konzentriere ich ruhig auf mich ja genau jetzt ist er zwar krepiert aber der alter ist aber unnötiger gewesen dass er jetzt krepiert ist das war ein bisschen unnötiger tot ich bin gespannt was du drauf hast die können sogar nur besser werden oder wie Okay, okay, jetzt weiß ich, wo es da läuft. Alter, das braucht uns zum Schießen. Oh mein Gott, das büßt du narrisch. Okay, okay. Okay, boah. Hi Digi, nice, dass du da bist. Leihwand, free Leihwand. Oh mein Gott. 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 Das gehören wir hier. Alter. Hat nicht lange gedauert. Hat wirklich nicht lange gedauert. Passt, Alter. So, dann schauen wir mal in den Weg entlang. Schauen wir sich mal das an. Das ist jetzt deswegen gewesen. Ja, 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 ja. Jetzt schauen wir sich das aber noch ganz ein bisschen genauer an. Dann haben wir noch das. Dann wenn wir da runtergehen, haben wir dann wieder was zum Beten. Das war's eh. Ich will nur halt alles aufmachen, weißt. Nur alle Sachen sammeln, et cetera. Und hoffen, dass vielleicht auch nicht die gleiche Waffe hat wie. Das wäre sauer, Alter. Das wäre sauer. Das wäre sauer. Ich bin sowieso gespannt, was für uns dann... Was für ein Gegner auf uns warten wird. Huch! Könntet schon interessant werden. Könntet wirklich schon interessant werden. Ich behalte mir jetzt einfach mal den Gegner. Also den Kollegen da. Muss ich nicht hassen, dass der Claire Meyer geht, et cetera. Bitte, dass ich doch gehabt... Ah, ich komme da selber gerade aktuell nicht weiter. Das hätte auch gehabt... Ja, dann helfe ich ihm. Passt. Ich hätte gesagt gehabt... Stürzen wir sie ein. Stürzen wir sie ein. Ich bin gespannt. Hm, ich glaube vielleicht sogar ein neuer Gegner. Das wär's, das wär's. Ein neuer Gegner. Huch! 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 Ich glaube schon mal meinen Blitzschaden. Okay. Was haben wir da schönes? Diener der Götter! Erlitterner Schaden. Geschosse! Es kommt wieder darauf an, was wir mal wieder für einen Gegner haben. Weißt? Nein, da gefällt mir das auch nicht so gut. Einfach viel zu gut. Mh, mh, mhm... Mh, mhm... Komm, wir sind sogar... 100. Ach, dann behalte ich mir das. Ja, das behalte ich mir. Hihihi... Kämpfe mit der, oder? Kämpfe mit der. Ach, die geht kaputt, oder wie? Wie die... Oh, die kann kaputt gehen. Wie die... Warte, 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 warte. Oh, oh. Das ist Arsch. Das ist Arsch. Bist du narrisch? Haha, mal Heilung. Wie wärs damit? Alli. Lieb, konzentrier dich ruhig auf mich. Ist kein Problem. Also, wenn sich der Gegner ruhig auf mich konzentrieren, ist das geil. Alter. Haha, Alter. Haha, also, da war er in Früh. Iki. Es war ja nix. Ach, leck mich am Arsch. Dann haben wir vielleicht noch irgendwas zusätzliches. Irgendeine Trun oder so. Geschlechte. Das ist ja nix. Dann haben wir ja Trun. Das ist ein Wahnsinn. Gierige, gierige Wichser. Sind gierig. Ich hab ein Pfeil, Alter. Pull, Pfeil. Pull. Ah, Wahnsinn. Na gut, passt. Ja, wieso denn beendet? Let's go. Ja, fix. Ich bin gespannt, was wir rauszukriegen. Ah, fuck. Ja, nur das eine. Ja, wenn es sein muss, ja. Ja. Das ist eine Gekum, Alter. Ah, gut. Und, wie schaut's aus? Ah, heiliger Schuh. Uh, kleiner Geist. Ja, nice. Ach. Ja, könnte, könnte geil sein. Könnt wirklich geile Attacke sein. Es könnte wirklich eine gute Attacke gewesen sein. Na gut. Ah, schon 200. Perfekt. Hihi. Jetzt schon 200. Nice. Und, was haben wir denn? Okay. Bitte. Jetzt haben wir doch 58. Digga. Mhm. 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 Vorahnung. Leck mich am Arsch. Vorahnung. Alter, Goldbilanz sogar. Leihwand. Okay, den starken Angriff könnte man zum Beispiel austauschen. Zu was anderem. Glück. Würde ich ihn sogar austauschen. Mit mir den, vielleicht kriegen wir den Auto. Ding. Ui. Ui. Nein. Nein. Da kann ich wieder basteln. Bis deppert. Da kann ich wieder basteln. Ja. 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 Und? Ah, nein. Gekommen. Jetzt wird's endlich mal Zeit. Geht's. Geschleißen. Nein. Das. Das gibt's ja nicht. Gescheißen. Das gibt's ja nicht. Ah, gar nix. Das macht jetzt aber ein bisschen weh. Es tut mir ein bisschen weh. Ähm. Schau mal da aus. Hütte! Ja, wieder ein neuer, gell? Ja, ne sicher wieder ein neuer. Neuer eintragig, gell? Schrei. Was haben wir da schönes? Mh. 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 Dann muss ich noch zu Gegenstände dazu weggehen. Na wenn, dann gleich alle. Schrei. Schrei. Na wenn, dann gleich alle. Hm? Ach so. Fähigkeitspunkte sind sehr gut. Fähigkeitspunkte sind sehr, sehr gut. Bist du narisch. Nützt sich gleich alles aus. Da nützt sich gleich alles aus. Dann schaut es eigentlich schon wieder gut aus. Ah, das sind Fähigkeiten. Huch, huch. Was haben wir da schön? Nehmen wir wieder Brand. Ja, ne sicher. Ja, ne sicher. Ja, ja. Das klingt gut, klingt gut. Nachgeschlecht. Bomben. Schuriken. Vergiftung. Ansturmgeschwindigkeit. Ach. Ja, das wär's. Das wär's. Ja, so was können wir gut gebrauchen. So was können wir wirklich gut gebrauchen. Oh, immer nix. Fuck. Fuck. Na gut, aber jetzt. Schreien. Schreien. Ja, da muss ja wenigstens eins weiter gehen. Hm. Ja. Ja, mal was fürs Herz. Opfer da bringen. Ne, 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 ne. Waffenschmied. Was sagst du? Schmieden. Ja, da ist einmal ein Rufzeichen. Dann legt mich am Arsch. Schreien. Sollen die Neue hier dazukommen, oder wie? Ja, anscheinend. Achso. Oder alle. Einfach alle. Ja, eins ist da zum Beispiel dazukommen. Dann wieder da. Dann wieder da. Dann wieder da. Da wär ich eher fürs Seelenbild. Da wär ich eher fürs Seelenbild. Okay, jetzt zwar nicht unbedingt. Für da. Also, eher für die Rüstung. Wenn ich wenigstens das Glück mitnehmen könnte, weißt? Gerade das mit dem Glück. Das wär's. Das wär's, wenn ich das mitnehmen könnte. District 3 So, das wär's. Das wär's. Ich dass dich jetzt einfach mal so. Und du ja ein bisschen zerlegen, weißt? Ich glaub das könnte man vielleicht gebrauchen mit ganzen Materialien. Wieso wär wir sie da in Zukunft ein bisschen spülen? Oder? Warte wenn ich eine Waffe schmieden würde? Ah dann müsste ich aber auch wieder eine gewisse Stufe sein, etc. Damit ich da überhaupt nichts... na da ist es vielleicht lieber aber kann man kann ich kann mich mit sehr vielem spielen was ist auch wieder das nächste mit sehr vielen spielen man kann jetzt so sagen einmal nehme die und dann nehme ich einmal die dann tue die wieder austauschen etc also dass ich mir wirklich so geregelrecht mit einer spiel einmal diesmal mache ich das dann tue ich es einmal wieder her schenken opfergabe dann mache ich es einmal wieder so dann mache ich es einmal wieder so also dass ich mir das ein bisschen immer so überlegt wie mache ich denn das jetzt diesmal da wollen wir aber schon wusste sie ist passt ja wieder so zwei sachen einzigartige alles klar halte amerita yokai dauerhaft herbst dämmerung brechen so einiges einfallen hoch also haben wir sie ja ich glaube wir haben sie das angeschaut schaut es denn da aus die verhaltung tieferhaltung fickt euch mit tieferhaltung oder das andere ist gar nicht mehr das müssen wir eigentlich haben ist gar nicht mehr aussuchbar da schnelle erholung erschöpfung das nehme ich mir das nehmen wir das machen wir jetzt perfekt amerita bilanz verteidigung erlitten erschaden wieder geschossen angriff schaden drop rate der bruder muss los geil geil machen wir die ganzen leiten zu richtig gern sachen gegenstand sicher das können wir ruhig mal los lassen lassen wir das einmal die neuer der göttere geschossen da wäre ich dann wieder für die beteidigung definitiv für die für die lebensschutz war schaden über zeit vorher ist dann da wieder nicht so gut ja und da ist wieder zu wenig warte 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 wir waren bei die haxen gell ach so ist das ach so schwemmung überschwemmung das würde mich aber interessieren überschwemmung habe ich noch nie gehört ganz wieder untertausend sagen wieder hoch legt mir was das dort schon wird ja wieder nur dies so ok 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 gut zu wissen na gut leute dann hätte ich mal gesagt gehabt haut rein bis zur nächsten folge und schau ja 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 ja